Der Xiaomi SU7 ist in China ein riesiger Erfolg. Jetzt häufen sich aber immer mehr Probleme und es gibt wohl sogar ein Total-Fail von dem Auto. Poco stellt neue Smartphones vor und es gibt natürlich auch noch weitere Technik-News, auf die sich Torben schon richtig freut. Ich freue mich auch richtig drauf und ja, diese Xiaomi-Nachricht, als du mir das gerade gesagt hast, da musst du ja fast schon irgendwie, ich weiß nicht, lachen, aber auch gleichzeitig traurig sein, denn das klingt natürlich nach gar keinem so guten Start, obwohl die Verkäufe ja in die Höhe gestiegen sind. Nicht so, aber der Kilometerstand von dem einen Auto, was wohl nach sage und schreibe 39 Kilometern den Geist aufgegeben hat. Ja, das ist, glaube ich, nicht die übliche Laufzeit von so einem Auto. Hat er nicht aufgeladen oder was? Ey, das wäre schön gewesen, glaube ich, wenn er es einfach vergessen hätte aufzuladen, aber er ist wohl von der Auslieferung losgefahren nach Hause, war auf der chinesischen Autobahn und da hat das Auto gesagt, ja bitte einmal rechts ranfahren, wir gehen wieder zurück. Eieiei, da muss ich ja sagen, da lobe ich mir meinen 27 Jahre altes Auto. Also der hat schon, der hat nicht nur 39 Kilometer, der hat 170.000, was für das Alter auch immer noch geht eigentlich, aber er fährt noch wie am ersten Tag, fast zumindest. Was hat denn, achso, wir brauchen hier noch Maus und Tastatur, wir sind immer noch ein bisschen, gerade der Regen hat uns ja gerade überrascht, muss man sagen. Ne, aber die Frage ist natürlich, was hat denn Xiaomi dazu gesagt, denn das wollen die natürlich nicht so stehen lassen, könnte man meinen. Das ist ja ziemlich schlechte Presse, wenn man da gerade einen guten Start in der E-Automobilindustrie hinlegen will, dann ist das natürlich so das absolute No-Go, oder? Ja, das Ding ist, Xiaomi hat da noch nicht wirklich groß was öffentlich gesagt. Sie sagen natürlich immer, sie haben das richtig viel getestet, mehr als auch die übliche Kilometeranzahl. Vielleicht 38 Kilometer haben sie getestet. Die meisten Xiaomi S2 7 fahren weiter als 39 Kilometer. Ich glaube, das ist jetzt so der berühmte Einzelfall. Das Problem ist jetzt halt hier nur, Xiaomi hat ja so ein Problem, damit genug herzustellen, weswegen die demjenigen, dem das jetzt passiert ist, sagen mussten, ja, wir können dir kein neues Auto geben. Jeder Xiaomi S2 7, der vom Band läuft, hat quasi schon einen Käufer. Das heißt, die können jetzt nicht einfach sagen, ja, hier hast du einen neuen, sondern die können ihm das Geld zurückzahlen. Das machen die natürlich auch und wohl auch noch eine Entschädigung wollen die dem zahlen. Aber ja, wenn du halt so ein beliebtes Auto gerade fahren willst, hast du dich natürlich auch gefreut, dass du einer der Ersten bist und jetzt hast du halt nichts. Konnte nicht repariert werden. Nee, also irreparabel, wohl kaputt. Sie wollen den halt auch einbehalten, um den zu untersuchen, was falsch gelaufen ist. Sie wollen ja daran lernen. Aber ja, das ist natürlich nichts, was man irgendwie haben will und vielleicht auch ein bisschen zu kurzsichtig gedacht, dass man so gar keine vorhält, falls mal sowas passiert. Also ja, es ist halt schon doofe Nutzererfahrung. Ja, generell auch. Also allein so vielleicht so wie so Testfahrzeuge, dass sie auch irgendwo stehen, wo Leute die sich anschauen können oder für chinesische Autotester oder wie auch immer oder aus dem Umland oder so, dass da gar nichts so berücksichtigt wird, ist auf jeden Fall schon interessant. Ja, sie haben ja wohl so ein paar Testautos, die waren, es war ja auch diese chinesische Automesse in Beijing jetzt letztens, wo wohl Riesenmassen um dieses Auto standen. Jeder wollte dieses Auto sehen. Also der Hype ist da wirklich krass. Aber ja, so Ersatzautos für Käufer haben sie wohl nicht dran gedacht. Ich muss auch sagen, ich war auch irgendwie war ich von diesem ganzen Hype dann doch immer noch einen Ticken mehr überrascht. Da merkt man einfach, was Autos für ein universell krasses Thema sind, weil wir betreuen oder wir begutachten den jetzt schon seit Jahren, seitdem so die ersten News darüber kamen. Und da war es ja auch irgendwie drei Launch-Phasen gefühlt mit Pre-Launch und eigentlich sind hier schon alle Infos und Pressemitteilungen etc. und dann in China und dann alles global nochmal. Und dann aber wirklich so ab dem Punkt, wo er ja richtig vorgestellt wurde, kam ja nochmal einfach ein krasser Drive dazu drauf. Wir sehen es ja bei uns auf der Webseite, wie viele Leute über Google auf den Artikel kommen einfach, weil sie nach SU7 suchen und auch als ich dann auf dem MWC war, war es einfach das Highlight der Messe. Also obwohl der gefahren ist, keine Ahnung, ob da überhaupt Motor drin war, aber er stand da. Nein, man wurde gesagt, er ist selbstständig dahin gefahren. Also er fuhr wohl irgendwo irgendwann. Er war wohl geringer als 39 Kilometer die Strecke vom Frachter bis dahin. Ja, aber das ist natürlich schlechte Neuigkeit. Sowas überschattet dann natürlich vielleicht 10.000 Leute, die super happy sind. Ja, und also ich weiß nicht, ob es häuft sich, der richtige Begriff ist dafür, aber es gab jetzt halt auch immer mal wieder so ein paar News, die nicht so gut waren. Also ich habe gehört, dass der Sprachassistent wohl am Anfang, der konnte wohl das Auto irgendwie entsperren und sperren. Ist ja im Auto vielleicht praktisch, weiß nicht, vielleicht ist das auch einfach der vom Handy. Und da hat man nicht drüber nachgedacht und man konnte halt an die Fensterscheibe rufen, macht das Auto auch. Das habe ich auch nur einmal gesehen, aber das ist dann halt mit einem Update direkt gefixt worden. Blöder ist dann wohl, das automatische Bremssystem hat am Anfang wohl nur bis 135 kmh funktioniert. Was ja mit der maximalen Höchstgeschwindigkeit in China dann eigentlich passt, weil man ja nachgeguckt ist, da gibt es ja gar keine unlimitierte Geschwindigkeit. Das heißt, man sollte die eigentlich gar nicht erreichen. Ja, aber natürlich fährst du mal schneller als 135 kmh oder so. Ja, klar, es sollte weiter funktionieren. Das hat wohl nicht am Anfang funktioniert, da ist dann wohl auch ein Update gekommen, dass das schneller als 135 kmh läuft. Also manchmal muss mir das so ein bisschen Sorgen, ich habe keine Ahnung, nicht so viel Ahnung von Autos, noch nicht. Aber so dieses, dass die Sachen so elektronisch sind und nicht mechanisch so manchmal, dass Bremse irgendwie an einem Update hängt, das finde ich, ist immer noch eine Vorstellung, die sich mir so ein bisschen widerstrebt. Also es ist ja auch kein automatisches Bremssystem, sondern mal was anderes. Manuell bremsen wir es wohl können, aber... Ich will es hoffen, ja. Nö, da ist gerade kein Internet da zu bremsen. Ja, ich glaube die, also ich bin mir ja ziemlich sicher, dass es auch so ein bisschen durch Tesla gekommen ist, die ja einfach die ganze Zeit ihr Updates nachbringen und das Auto dann auf einmal mehr kann. Ja, das war auch cool. Da ist dann ja irgendwann so, dann gab es diesen Modus, Ludacris-Modus oder Ludacris-Modus. Oder Ludacris-Modus, wäre auch lustig. Mein Sprachassistent als Rapp, als Double Time. Ähm, nee, das ist... Ja, schwieriger Start, aber... Ja, aber eigentlich auch nicht, also es ist wohl weiterhin voller Erfolg, sie haben jetzt die, ja, die Schichten in dem Werk nochmal verdoppelt, also haben... Ja, Mitarbeiter. Ja, nee, sie werden ja quasi entlastet durch eine zweite Schicht. Ach so, okay, ich dachte, die Leute müssen... Es gibt jetzt einfach die doppelte Belegschaft, die Autos rund um die Uhr baut oder so. Ja, es lohnt sich anscheinend, Xiaomi SUV 7 zu produzieren. Und das ist immer noch so ein Gerücht, was sich auch schon vor dem Launch des Autos so ein bisschen ergeben hat. Es soll wohl einen SUV geben, der eventuell dieses Jahr auch noch rauskommt. Dabei soll es sich dann um ein E-Ref-Auto handeln. Ja. Das ist dann ein Hybrid-Auto, wo weiterhin ein Benzinmotor drin ist, mit dem kann aber nicht gefahren werden. Der produziert nur Strom für den Elektromotor. Okay. Also, es ist halt auch dann die Frage, wie effizient ist das, aber es ist halt so gedacht, um die Reichweite zu erhöhen. Ja. Und da gibt es wohl einen sehr populären Hersteller in China, der da gerade mit einem SUV richtig abgeht und das ist dann wohl Chaomis Gegner in China, den da vom Thron zu schluss. Also ein Xiaomi SUV 7 Max quasi. Ja, wird interessant, wie der Name ist. Also, sie haben sich ja mit dem SUV irgendwie schon in die Richtung bewegt. Ich verstehe da nicht das SUV bei SUV. Haben sie das gesagt? Achso, Sports Utility Wiki, glaube ich. Ja, Sports Utility, okay. Und das ist jetzt nur ein Sports Utility-Sack. Also, der Name macht, also, er funktioniert auf jeden Fall und es ist sehr, sehr spannend zu sehen, was da abgeht. Und ich fand es sehr interessant, wie unterschiedlich so die Warnung ist, wie sie so darauf reagiert wird. Weil es gibt durchaus die Stimmen, auch bei uns in der Community, aber auch in den Kommentarspalten, weil da gibt es sehr, sehr viele Videos jetzt mittlerweile zu. So von wegen, ja, nee, ich bleibe bei BMW, Mercedes und so den Herstellern, die ich kenne. Und dann hat aber, glaube ich, Autobild oder so, die haben, glaube ich, ein Review dazu veröffentlicht. Es haben richtig viele gemacht. Ich habe eben gesehen, der Spiegel hat eins gemacht. Oh, der Spiegel, okay, krass. Ja, die haben dann nochmal anscheinend andere Beziehungen oder sind irgendwie, die waren dann aber auch in China, oder? Ja, ich glaube, diese Automesse hat jetzt viele so auch deutsche Medien dahin gezogen. Ja, aber bei Autobild oder so war die Kommentarspalte, obwohl der Tester war wohl eben ein bisschen negativ, aber die Kommentarspalte war eher positiv. Und ja, das war so ein bisschen, ja, wir Deutschen machen eh die besten Autos. Und die Kommentare so, hey, das ist total interessant, was da abgeht und gerade zu dem Preis, was die Chinesen da so alles produzieren. Und ich habe jetzt richtig gesehen, habe letztens irgendwo die Schlagzeile, also, dass der Markt dieser Hersteller in China halt für E-Autos halt richtig krass boomt. Ja. Ich habe, also, ich kriege die genaue Statistik nicht mehr hin, aber es war schon ein sehr hoher Anteil an irgendwas. Von daher, ja, es ist interessant, wie die Wahrnehmung ist. Und deswegen seid auch ihr gefragt, kommentiert mal gerne, was ihr jetzt speziell von dem SOS 7 handelt, aber auch von vielleicht immer mehr chinesischen Herstellern, sowas wie BYD oder so, das sollte man natürlich auch im Blick haben. Ich muss sagen, ich finde auch nicht jedes E-Auto interessant, aber ich habe vor einiger Zeit den neuen Rivian gesehen, das ist ja ein US-Unternehmen, der so ein bisschen aussieht, ich komme gar nicht auf den Namen, irgendwas 3X oder sowas, der ein bisschen aussieht wie so ein VW Cross Polo, aber in E, das finde ich, sieht sehr cool aus. Das ist auch so wie so ein Mini-SUV auf eine Art. Das hat bei mir mal wieder sowas ausgelöst, so, boah, den würde ich fahren. Ja, bei einem SOS 7, der sieht natürlich schon nice aus, aber es wäre ja so ein, keine Ahnung, ich brauche ein praktischeres Auto und nicht so ein Riesending quasi da. Genau. Ich will zu, das ist halt mit dir E-Auto, du brauchst gerade kein Auto, oder? Ich brauche kein Auto, ich bin mit der Bahn eigentlich ganz zufrieden, Fahrrad. E-Bahn, er ist auch günstiger, würde ich sagen, aber nur so ein bisschen. Aber genau, bevor wir zum nächsten Thema kommen, denn Xiaomi bzw. Poco hat gestern was Neues vorgestellt, wir sind hier brandaktuell, haben wir vorher noch den Deal der Woche für euch und da kann euch Fabian hoffentlich ein bisschen was zu sagen. Genau, wir hatten ja jetzt als Deal der Woche öfters mal Sachen, wo ihr einen schönen Handy-Tarif bekommen habt. Heute geht es mal ein bisschen ums Geld sparen statt Geld ausgeben, denn unsere Freunde von Dealdoktor haben hier einen Deal von Open Bank, die gehören zu der Santander Bank und die haben ein Tagesgeldkonto, wo ihr jetzt quasi einen Bonus bekommt von 75 Euro und auch 3,8% Zinsen für sechs Monate. Das heißt, hier kann man ordentlich Geld sparen und bekommt dazu dann auch noch ein Girokonto mit einer Debitkarte, also eine Kreditkarte, wo ihr eine Rechnung kriegt, sondern es wird dann direkt von eurem Girokonto abgebucht. Und das ist eigentlich, glaube ich, ein ganz guter Punkt, um mal zu starten mit dem Geld sparen und man muss hier nicht irgendwie Kontoführungsgebühren zahlen. Die Anmeldung ist auch richtig einfach, weil normalerweise läuft das ja damit ab, dass man irgendwie so Video-Ident machen muss. Ich finde das immer so ein bisschen nervig. Man muss warten, dann das irgendwie in die Kamera zeigen. Hier reicht es einfach, so einen Cent zu überweisen vom bestehenden Konto und dann ist man auch schon verifiziert. Ich habe das auch schon mal vor einer Weile gemacht. Ich habe da auch ein Girokonto und bisher finde ich da eigentlich alles ganz in Ordnung. Cool. Wie immer gilt es bei sowas, wir zwingen euch nicht, das abzuschließen oder so, aber es ist, glaube ich, für ganz viele Wissen gar nicht so unbedingt Bescheid, dass es auch andere Konten oder andere Verträge neben Telekom und Vodafone beziehungsweise neben Volksbank und Sparkasse gibt und dass es da viele so Neobroker und, ich sage mal, Internetbanken gibt, wo es einfach mittlerweile sehr gute Konditionen gibt, wo man auch Geld anlegen kann. 3,8% Zinsen, kriegt man das noch bei Trade Republic, weil mit 4% ist natürlich auch nett, aber hier ein guter Kombi eben mit den 75 Euro Bonus und da steckt dann eine große Bank wie die Santander eben hinter. Das ist alles legit und wir wollen euch einfach ein bisschen, ja, educaten und aufklären, dass es auch sowas geben kann, weil ich kenne das aus meinem privaten Kreis. Also Trade Republic war auch eine ganz große Neuerung für ganz viele, wo ich dann schon länger, schon seit ein paar Jahren oder so bin. Von daher schaut euch das gerne mal an, ihr findet den Link wie immer in der Videobeschreibung und würden uns auch über Feedback freuen, wenn ihr solche Deals hilfreich findet oder eher nicht. Genau, wir wollten über das Poco reden, denn Poco hatte gestern ein Launch-Event, nachdem auch schon Redmi Anfang der Woche was gelauncht hat, da reden wir, glaube ich, auch noch drüber. Aber Poco steht im Vordergrund, denn es gibt das Poco F6 und das Poco F6 Pro und wir haben schon im Vorhinein ein bisschen drüber geredet, vor ein paar Wochen, als wir über das Redmi K70 Turbo geredet haben, das in der coolen Harry Potter Edition auch rauskam. Da haben wir schon gemutmaßt, oh, das könnte das Poco F6 oder F6 Pro werden. Stellt sich raus, es ist das normale Poco F6. Das heißt, dass wir da den Snapdragon 8S Gen 3 drin bekommen, in dem normalen Poco F6. Und ja, das Handy eigentlich so, kann uns eigentlich schon für euch ausgepackt haben, in der Harry Potter Edition, die natürlich nochmal ein bisschen besonderer ist. Das Video dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Auf jeden Fall ein sehr leistungsstarker Allrounder, wie man das von Poco gewöhnt ist. Ich finde das Poco F6 Pro allerdings ein bisschen spannender. Ich finde die Pro-Version eigentlich immer ein bisschen cooler. Was so ein bisschen, es gibt keinen ganz direkten Vorreiter aus China, sondern es ist so ein leichter Mischmasch aus der K70-Reihe, wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe. Denn wir bekommen dann den Prozessor aus dem Redmi K70, also den Snapdragon 8 Gen 2, was dann wiederum der Top-Chip aus dem letzten Jahr ist, der dann zum Beispiel, wo drin steckt der denn? Xiaomi 13 zum Beispiel. War der drin, zum Vergleich in dem Vorgänger vom Poco F6 Pro, in dem Poco F5 Pro steckte der Snapdragon 8 Plus Gen 1 drin. Und da merkt man schon, man ist jetzt hier nicht ganz auf aktuellem Flagship-Niveau, was allerdings auch an sich in dem Preis widerspiegelt. Denn wir sind hier bei einem Early-Bird-Preis, glaube ich, von 500 Euro, also 499 und dann 560, 570 in der UVP. Natürlich in der kleineren Speichervariante. Spannend ist dann auch hier wieder das Display, 6,67 Zoll. Okay, das kennt man so. Aber WQHD+, also 1440p. Wir haben 120 Hertz natürlich, wir haben eine hohe Helligkeit. Das darf mittlerweile natürlich auch nicht fehlen. Wobei auch, wie das Spiel nicht ganz so mitgehen, das sind bis zu 1200 Nits. Das ist okay. Und ja, 12-Bit-Farbtiefe. Also eigentlich ein gutes Display ohne diesen Nit-Wahnsinn, kann man sagen. Was ein bisschen mir ein Dorn im Auge ist, ist, dass es wohl kein kabelloses Laden gibt, wenn das Datenblatt stimmt. Obwohl es wieder 120 Watt Kabel-Laden gibt und 5000 mAh. Und da sind wir dann eher bei den Specs von dem Redmi K70 Pro. Weil dann die Hauptkamera vor allen Dingen ist, woran man es erkennt. Hier steckt nämlich ein 50-Megapixel-Light-Hunter, sind zwar drin, mit einer Bende von f,16. Wenn mich nicht alles täuscht, ist es, glaube ich, der aus dem Xiaomi 13. Ich glaube auch, ja. Oder eine abgespeckte Version davon. Ansonsten ist die Kamera mit 8 Megapixel-Ultraweite, 2 Megapixel-Makro jetzt nicht ganz so spannend. Können sie sich auch nicht verkneifen, diese Makro-Kamera. Aber man kriegt allein schon 12 Gigabyte RAM und 256 Gigabyte Massenspeicher, was natürlich cool ist. Das Design ist so dieses, man könnte sagen, das Ceran-Feld, die vier Kameras, beziehungsweise drei Kameras plus Blitz, oben links so in der Ecke angeordnet. Und ja, ein relativ kantiges Design. Und ja, einfach immer wieder so ein absolutes Flagship-Killer-Ding. Man hat jetzt keine krassen Features, wie eben so ein kabelloses Laden oder wie ein Ultra-Weitband oder sowas. Auch kein LTPO-Display, was man sagen muss, aber einfach viel Leistung, so dieses Kameraside-Up, schnelles Laden zu einem relativ günstigen Preis, wie es scheint. Ja, was ich hier interessant finde, dieses Prozessor-Gemische von verschiedenen Generationen kommt halt auch dann dazu, dass zum Beispiel das normale Poco F6 schon Bluetooth 5.4 hat. Das F6 Pro dann aber Bluetooth 5.3 ist jetzt nicht das Ende. Aber es ist halt schon irgendwie lustig, dass das Pro-Handy quasi eine ältere Version von irgendwas hat. Ja, das ist leider irgendwie macht, erlaubt sich Poco sowas in letzter Zeit häufiger, wo es ein bisschen unklar wird, weil ich glaube, war es nicht beim X6 und X6 Pro, wo das normale X6 das schlechtere Schutzglas hatte als das X6 Pro. Das hat dann nur Gorilla Glass 5 und das X6 aber schon. Victus, das fällt uns im Datenblatt auf. Wenn du das Handy nernst, fällt dir das nicht auf, so gesehen. Aber wir versuchen ja immer sicherzustellen, dass ihr möglichst viel für euer Geld bekommt. Ja, wie gesagt, mich ärgert ein bisschen das kabellose Laden, aber ansonsten ist es halt wieder Live-Leistung für wenig Geld. Ja, das ist ein bisschen komisch, ist dann irgendwie so ein Rückschritt, den man da irgendwie eingeht, weil es halt auch so ein beliebtes Feature irgendwie immer ist. Ja, aber da geht man dann halt auch nur China nach. Das war bei dem K70 halt auch schon. Ja, gut. Und ich meine, dass das K60 dann halt da Xiladen hatte. Ich weiß nicht, ob sie Daten darüber haben, dass es nicht genutzt wird und sich deswegen für sie nicht lohnt. Aber ich denke mir mal, so eine Qi-Spule, das kostet nicht viel. Ja, das ist genauso wie NFC. Besonders hat Xiaomi es richtig gemacht bei dem ProGo. Das war dann nicht, wir machen hier kein 50 Watt wie im Xiaomi 14 oder so, was dann vielleicht viel kostet, aber einfach 30 Watt. Das ist schnell genug, ist schnell immer noch schneller als ein iPhone und so. Aber sie müssen da vielleicht keine besonders krassen Schutzmechanismen oder sowas einbauen vor Überhitzung. Von daher, ja, auf jeden Fall wieder ein sehr solidides Line-Up. Wie gesagt, K-Plus-Laden wäre schön gewesen. Es ist interessant, wie die mit dem Poco F4 GT so den kleinen Schlenker gemacht haben in die Gaming-Richtung und jetzt aber ein bisschen, glaube ich, gecheckt haben, dass sie einfach Preis-Leistung da sich sichern müssen. Und ja, was wohl nicht kommt, ist das Poco-Pad. Ja, zum Glück. Also das war ja quasi das Gerücht, dass das Poco-Pad genau das gleiche wie das Redmi-Pad Pro ist, was wir ja jetzt Anfang der Woche bekommen haben in Deutschland. Ja, wäre dann irgendwie ein bisschen schwachsinnig gewesen, das unter zwei Marken zu veröffentlichen. Ja, dann lass uns eben was zum Redmi-Pad Pro sagen, oder? Ja. Das kam Montag am Feiertag, sehr guter Termin einfach, um den Matchman zu launchen. Kann man nicht anders sagen. Und ja, auch das kam vorher schon in China, auch als Harry-Potter-Edition. Die gibt es auch in dem Fall leider wieder nicht. Aber dafür eigentlich ein ganz cooles Setup, muss man sagen. Denn wir bekommen, wie groß ist das Display? Das ist 12 Zoll? Ich glaube schon. Ja, 12,1 Zoll. Wir bekommen einen Snapdragon 7S Gen 2-Chip. Also eine ganz gute, solide Performance, was für ein Tablet, denke ich mal, mehr als reicht. Großen Akku vor allen Dingen, 10.000 mAh, ist natürlich krass. Und ja, ein 120 Hertz-LC-Display, kein AMOLED-Display, das war auch zu erwarten. Da macht man dann so ein bisschen die Unterscheidung zum Xiaomi Pad 6, was einerseits kleiner ist, mit knapp 11 Zoll, aber eben 144 Hertz-Display hat. Ob man da jetzt so den Unterschied merkt, weiß ich nicht. Da kann ich dir jetzt auch, das müssen wir noch testen, weil wir haben das Redmi Pad Pro noch nicht da. Wie vergleicht sich, weil im Xiaomi Pad 6 ist der Snapdragon 870 drin, was mal ein guter Prozessor war, aber was ja schon irgendwie der umgelabelte 865 ist, der wiederum, war es 2018, 2019 irgendwie so der Chip war. Wie vergleicht sich so ein ehemaliger Flagship-Prozessor mit jetzt so einem relativ aktuellen Mittenklasse-Chip mit dem S-Gen 2? Weil, also vielleicht ist es leistungstechnisch sogar ungefähr auf einem ähnlichen Niveau, weil es auch preistechnisch auf einem ähnlichen Niveau ist. 299 Euro, glaube ich, in der UVP. Mein größtes Problem bei dem Redmi Pad Pro ist, glaube ich, so das Zubehör-Thema, weil wir da, wenn ich es richtig sehe, wieder einen eigenen Stift haben. Ja, es gibt einen neuen Stift und es gibt auch eine neue Tastatur. Die sind jetzt am Anfang mit dabei. Das ist immer gut bei Xiaomi, das geben sie dann direkt mit. Aber ja, es ist natürlich doof, wenn man da irgendwie upgradet und eigentlich kann man dann die Tastatur in Müll werfen, wenn man das Gerät nicht weiterverwendet oder man verkauft es halt. Aber ja, immerhin gibt es direkt mal Keyboard und Tastatur. Das haben wir bei Xiaomi auch schon mal anders erlebt. Ich habe noch gar nicht geguckt. Ist das überhaupt eine Quertz-Tastatur oder haben sie da auch einfach verwendet? Also ich glaube, dass die Quertz-Tastaturen machen, aber das kriegen sie nicht hin, auf der Produktseite das zu machen. Ich habe es durch irgendwelche Kommentarspalten irgendwo erfahren, weil da irgendjemand, irgendein User das hochgeladen hat oder so. Also ich glaube, es müsste quer sein. Ja, ich glaube, es steht hier nicht. Nee, das wäre zu viel Fall. Ja. Okay, also hier steht noch was von der US- und der UK-Version. Aber es wäre besser, wenn es die UK-Version wäre, weil die kann man besser ummappen als die US-Version. Da kennt sich jemand aus. Die Tastatur-Layouts sind schlimm. Aber wirklich. Wie lange geht das Angebot denn noch? Bis Anfang Juni noch kann man sich das überlegen. Ich glaube, dass wir auch noch eins kriegen. Dann werden wir dazu auch auf jeden Fall ein Unboxing machen. Dann kann man ja mittlerweile fast so ein Line-Up-Video machen. Ich meine, wir haben ein Redmi Pad SE, wir haben ein Xiaomi Pad 6, wir haben ein Redmi Pad Pro und ein Xiaomi Pad 6S Pro. Hm, da ist eine Idee gerade für ein Video geboren vielleicht. Oh weh, er klaut mir das nicht. Nein, das ist natürlich spannend zu sehen. Harry Potter Edition hätte ich halt wirklich gerne gesehen. Das wäre bei beiden Geräten. Also von Poco gibt es ja auch nicht die Harry Potter Edition. Da steht sie noch. Ja, es ist halt einfach. Da bin ich ja immer noch traurig drüber. Ich dachte, das Video geht voll ab. Ich dachte, wir hätten mehr Harry Potter Fans bei uns in der Community. Aber anscheinend nicht. Alles ja der Ringer Fans. Welches Franchise müsste es dann sein? Muss es ein Marvel-Gerät sein? Muss es ein, ah, vielleicht die Argentinien World Cup Edition. Vielleicht ja nach der EM dieses Jahr die Deutschland World Cup Edition. Hast du gesehen? Groß beendet die Karriere. Ja. Hat mich nicht so bewegt. Finde ich gar nicht so großartig. So, gehen wir zu dem nächsten. Oh Mann. Ja, es war auch die große Woche von Microsoft, wo sie endlich ihre Revolution der ARM-PCs angekündigt haben. Und sie haben es natürlich mit AI verbunden. Wie sollte es anders sein? Denn es gibt jetzt so ein neues Batch quasi. Es gibt jetzt die Co-Pilot-Plus-PCs. Da ist quasi die Bedingung, dass die gerade einen Snapdragon X Elite Prozessor oder Snapdragon X Prozessor drin haben, der extra für die PCs gedacht ist. Das ist der ARM-Prozessor. Genau, das ist der ARM-Prozessor, der neue. Besser ARM drin als ARM ab. Genau, ja. Es sollen später auch noch Prozessoren von AMD und Intel kommen, die dann quasi diese NPU drin haben, also diese KI-Prozessoreinheit, die das dann auch unterstützt. Aber bisher ist Qualcomm da wirklich alleine. Und es wurde jetzt wirklich so ein Schwall an neuen PCs beziehungsweise Notebooks veröffentlicht. Ich weiß nicht, Samsung hat ein... Microsoft hat selber natürlich mit dem Surface Book 1 veröffentlicht. Ja. Aber es gibt auch so ein paar Dinge. Also es ist eigentlich alles, was man so erwartet hat. Die haben eine längere Laufzeit als die normalen X86-Prozessoren. Also Surfen im Web ist, glaube ich, bei dem Surface-Gerät so mit 16 Stunden angekündigt. Und wenn man sich ein Video-Lokal anschaut, 25 Stunden. Also es geht wohl in die Richtung, die auch schon Apple gehabt hat. Die Apple vor vier Jahren gestartet hat. Ja, da muss man sagen, da waren sie mal früh dran. Jetzt wird es natürlich interessant werden, wie das Ganze auch mit Windows so läuft, weil bisher die ARM-Version von Windows war wohl eher ARM-up als ARM-dran. Ja. Und sie haben jetzt auch hier Spiele-Benchmarks gezeigt. Borderlands 3, glaube ich, läuft da zum Beispiel flüssig drauf. Und sie haben extra so eine Seite gestartet, wie es das auch für Steam-Deck gibt. So Works-on-Arm-mäßig. Und da kann man jetzt alles durchtesten. Und ich bin gespannt, was daraus wird bei Spielen, besonders so bei Handhelds. Könnte ich mir das gut vorstellen, dass sich da so ein ARM-Prozessor gut macht. Aber sie haben natürlich auch KI-Funktionen damit veröffentlicht. Und das ist so das, was man irgendwie üblich kennt. So Live-Transcription, so dass man was übersetzen kann. Also ich fand da jetzt nichts besonders. Bis auf eine Funktion. Und die haben sie Recall genannt. Co-Pilot Recall. Wie bei DSDS quasi. Genau, wie bei DSDS. Dieter Bohlen, dann der Co-Pilot. Und es gab da auch so ein Interview mit Satya Nadella, wo er darüber geredet hat. Und die, die ihn interviewt hat, hat er, glaube ich, auch ziemlich schnell gemerkt, wo das Problem da sein könnte. Ja, beim Wall Street Journal mit Turner Stern. Genau, ja, stimmt. Das war es. Recall ist quasi so eine Funktion, wo du dann quasi an der Suche eintippen kannst. Ja, ich suche jetzt irgendwie, was weiß ich, irgendwie vor einer Weile mal gesucht habe. Ich kann es nicht mehr genau sagen, wo es war. Dann suche ich halt einfach Schuh in Rot. So, und dann zeigt er dir das an, was du quasi vor, weiß nicht, einer Woche gesehen hast. Es hört sich ja erst mal praktisch an. Bis man halt überlegt, warte mal, wie machen die das überhaupt? Ja, die machen die ganze Zeit Screenshots von deinem Inhalt. Was natürlich bei den meisten Leuten direkt, ja, den Gedanken ruft, warte mal, die machen die ganze Zeit Screenshots von meinen Sachen. Und ja, also wie er das dann in diesem Interview irgendwie entgegnet, ja, das funktioniert ja auch nur hier und man hat die Kontrolle. Und ja, ich glaube nicht, dass die damit Erfolg haben werden. Also das ist ja die absolute schlechte Headline, dass Microsoft die ganze Zeit Screenshots von deinen Inhalten macht. Eieiei, das hört sich immer wirklich wie eine ganz schlechte Idee an. Also, ja, okay. Ich hätte jetzt auch gedacht, also ich hätte irgendwie gedacht, dass es KI-mäßiger funktioniert. Ja, sie müssen halt... Search History einfach durch Language Model sich das irgendwie so connecten kann, aber... Man muss ja sagen, es ist ja eigentlich eine coole Funktion. Ja, ja, aber das geht halt nicht. Das will man halt vermutlich einfach nicht haben, weil auch wenn man jetzt nichts irgendwie zu verstecken hat oder ja, man fühlt sich halt auch so ein bisschen beobachtet. Die sagen auch, es passiert nur lokal auf dem Gerät. Und das wird man auch irgendwie nachvollziehen können, wenn man da irgendwie, ja, ein bisschen Expertise hat. Aber ja, analysiert dieses Large Language Model meine Daten, wird das dann quasi weitergeschickt, um das zu lernen. Ist das dann quasi... Ist das so ein Ordner dann quasi? Ja, genau. Man kann also hier oben quasi... Ah, ja, ich see. Kann man dann hier suchen und dann wird einem das angezeigt, was das war. Okay. Aber also, also... Wie... Die Funktion ist ganz cool, aber es ist auch nicht dieses Sicherheitsrisiko wert, oder? Ja, kommt immer drauf an, wie du das siehst. Microsoft findet das eine coole Funktion. Okay, also sind wir eher gespannt. Also ich finde, muss sagen, weil er wurde, glaube ich, auch in dem Interview, wurde er gefragt, wie er das, ob man das nicht AI-Puter oder irgendwie sowas nennen soll. Aber dieses Co-Pilot plus PCs geht auch gar nicht gut über die Lippen, oder? Ich bin sowieso... Sowieso, also Co-Pilot kam mir ursprünglich, glaube ich, mal aus diesem Coding-Ding von GitHub irgendwie. Und irgendwie haben sie sich gedacht, ja, das ist ein guter Name. Das ist auch ein guter Name, so, aber dann plus... Ich... Keine Ahnung. Dann nennt es komplett irgendwie so Co-Pilot-P... Ich weiß es nicht. Aber, ja, ich bin... Ich bin gespannt, ob sie da mit Apple Konkurrenz machen. Ich bin, wie gesagt, ich habe dich letztes Jahr mal auch wieder ausführlich gesagt, dass ich immer noch so ein kleiner AI-Boomer bin und immer so die ganzen Demo-Funktionen von AI, die mir meistens nichts geben. Auch so Generative AI. Also, eins meiner besten, meistgenutzten Features vielleicht ist in Photoshop, dass das Bild verbreitert werden kann, damit ich es auf die Formate kriege. Weißt du, das einfach sehe ich so... So, ey, bam, das brauche ich so. Aber, keine Ahnung, was ich vor vier Wochen mal gesucht habe, da von Screenshoten, ey, brauche ich nicht unbedingt. Das haben sie auf jeden Fall auch angekündigt, dass sie jetzt, genauso wie Apple mit den ARM-Prozessoren, so Adobe-Software wird das unterstützen, die wohl wieder mal ein bisschen später, irgendwie Ende Sommer oder so. Da Vinci Resolve hat Funktionen zu maskieren und jede Menge CapCut kann irgendwie so greenscreenen. Also, sie haben wohl durchaus ein bisschen was dran gearbeitet und ich hoffe, dass man da jetzt einfach wieder mit Apple so ein bisschen leicht zieht im Notebook-Bereich, weil wenn man halt einen PC haben wollte, der jetzt vielleicht nicht der Super-Gaming-PC ist oder die Workstation überhaupt, dann war das Macbook halt schon mit seiner Akkulaufzeit ungeschlagen. Und ja, wenn man sich das nicht antun möchte, als Windows-Nutzer ein Mac zu benutzen, dann hatte man halt keine andere Möglichkeit. Ja, was meinen Sie denn, wie viele Leute, also wie erfolgreich, meinen Sie, wird das? Weil wie viele Leute haben sie dann in den letzten vier Jahren verloren, die sie dann trotzdem über die Hürde sind, die in den letzten vier Jahren sich ein neues Notebook anschaffen wollten oder mussten? Ja, also sie haben vermutlich welche verloren, aber ich glaube, der Market-Share ist immer noch gigantisch und ich glaube, besonders in irgendwie riesigen Unternehmen, die das dann über irgendwelche Domänen abarbeiten, so, also dass alle sich da anmelden. Ich glaube, das funktioniert in der Mac-Welt gar nicht so gut, aber da bin ich jetzt auch nicht drin. Und ich habe nur immer gehört von Systemadministratoren, dass Mac so in großen Sachen ausrollen, wie nervig ist. Ja, okay, das kann sein. Ich merke es immer nur, hier bei uns in der Firma sind ja auch dann einfach Boden alle, ich glaube, ich weiß nicht, ob jetzt noch jemand ein Windows-Laptop hat oder so, die wurden halt alle auf Macs unbedingt umgestimmt. Du noch, ja, du bist ja jetzt. Jens. Du, ach jo, stimmt. Zwei, drei. Laura, Laura auch noch. Ja, wir sind die Minderheit. Ich habe es letztens im Meeting gemerkt, das erste Mal so, ich gucke so rum, hier hat keiner mehr einen Windows-Note. Aber das liegt alles an den M1-Dingern, so, ne? Die Leute, äh, ja. Also es gibt ja auch noch Leute, die ohne einen M-Prozessor sind in der Mac-Welt. Das stimmt. Das hört man immer so an der Geräuschkulisse. Ja, das ist wirklich, also dieser Unterschied ist so drastisch, ne? Das ist, äh, das ist schon krass. Also ich bin sehr gespannt. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr da, ob ihr euch darauf freut, ob ihr darauf gewartet habt. Ähm, da vor allem dann die ersten Tests jetzt bald zu sehen? Oder war das jetzt schon so ein Review-Embargo, dass auch gleichzeitig was rausging? Ne, also Tests kommen, glaube ich, jetzt erst noch. Da gibt es ja dann auch noch, äh, sehr interessante, äh, Dinge zu erfahren, weil es hat ja so ein, ja, so ein Blog, äh, Qualcomm vorgeworfen, dass sie ihre Benchmarks so ein bisschen gefälscht haben. Also mal schauen, wie es dann in echt aussieht. Aber ja, die Geräte kommen jetzt langsam, also ich schätze mal Anfang Juni kommen so, ich glaube sogar auf den Markt direkt die ersten, also spätestens dann. Okay. Was auch kommt, beziehungsweise zurückkommt, sind, äh, vor Jahren gelöschte Fotos von iPhones. Ja, also das war wohl der Datenschutzskandal, den Apple nicht haben wollte. Äh, es gab jetzt ein neues iOS-Update, äh, wo auf einmal Bilder, die man schon vor einer Weile gelöscht hat, wohl einfach wieder kamen. Und teilweise sogar nach einem Reset. Also, das war wohl noch nicht, es ist auch noch nicht ganz geklärt, wie es überhaupt passiert ist. Ein Nutzer hat wohl gesagt, er hat es sogar komplett zurückgesetzt. Es war nicht mehr in dem iCloud-Account angemeldet und es kam trotzdem ein Foto wieder, was natürlich, wenn man sich das jetzt mal bedenkt, dass man Geräte auch mal so weiterverkauft, besonders so bei wertstabilen iPhones und dann auf einmal so persönliche Fotos bei irgendwem wieder aufkommen. Ist natürlich doof. Apple hat aber auf jeden Fall sehr schnell reagiert mit einem weiteren Update. Also, es soll jetzt nicht mehr passieren, zum Glück. Ja, Vermutungen waren irgendwie, dass der Löschprozess vielleicht so abläuft, dass im Hintergrund quasi wie so eine Datenbank arbeitet und dass da verschiedene Dinge gelöscht werden müssen, damit die Fotos-App damit nicht mit drauf zugreift und dass das vielleicht nicht überall passiert ist und sie jetzt im neuesten iOS-Update ein bisschen was geändert haben und deswegen die Fotos wieder hergestellt werden konnten. Aber es wirft halt irgendwie so Fragen auf, warum gibt es die noch? Sind die auch noch auf irgendwelchen iCloud-Servern? Und wie konnte das überhaupt? Erklärt hat man deiner Freundin, wenn da plötzlich irgendwelche Selfies von einer anderen Frau oder so auf deinem Handy sind und du musst erklären, dass es am neuesten da liegt. Gute Ausrede. Da muss man dann sagen, hier, hör rein bei technisch gesehen, Fabian, erklärt euch das, erklärt dir das, Schatz. Alles gut, ist nicht meine Schuld. Da muss man die nochmal löschen. Vielleicht auch ein guter Vorwort. Wer weiß, kann man doch so rumsehen. Aber krass, das klingt aber natürlich nach dem Datenschutz-Albtraum. Ich schaue von wirklich, so, wenn du dein Handy weiterverkaufst, wenn du es wirklich nicht mehr hast und es taucht bei anderen auf. Das ist schon fatal, aber gut. Ja, was so ein Update alles bewirken kann, ne? Ja. Ich wüsste übergebt, wo das so in der Top Ten der Apple, der iOS-Updates-Fails, wo das so rankt quasi. Da gibt es auch schon eine eine oder andere Geschichte. Ja, ich stelle mir, das ist auch, glaube ich, für das Unternehmen sehr interessant, wenn auf einmal so was aufkommt. Und ich glaube, als erste Reaktion hat man, glaube ich, schon so, ah, nee. Und dann kommt es immer weiter und dann auch, fuck. Ich frage mich, wie ist denn die Pipeline quasi, dass Apple davon Wind bekommt? Weil das passiert, irgendjemand schreibt es bei Reddit rein, vielleicht oder so, scannen die Leute Reaktion. Wenn die Leute sich an den Support, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, wird das gemeldet. Also wenn du so, wenn dich so ein Problem hätte, dann würde es mir im Traum nicht einfallen, den Support anzurufen. Irgendwie, weil ich aber auch wahrscheinlich zu 90 Prozent schlechte Erfahrungen Support gemacht habe oder so. Ja, gute Frage. Das kennen da Leute Reddit oder so? Ich weiß nicht. Oder ist das schon über direkten Wege? Oder ist das bei Tim Cook selbst so? Oh. Google ist ein paar News-Alert. Ja, spätestens halt durch Medien, aber sonst, ja, Zufall oder halt Kundensupport. Wenn der Kundensupport gut geschult ist und sowas auch weiterleitet, weil ich glaube, da kannst du auch schon mal so an der ersten Ebene festhängen, wo die dann sagen, ja, haben sie irgendwie iCloud gerade wieder reaktiviert oder so. Ich muss sagen, was ich schon sagen muss, ich war vor einiger Zeit mal im Apple Store wegen dem iPad aus der Family, weil das nicht mehr ging. Und Spoiler, sie konnten mir nicht helfen. Aber wie die sich um einen kümmern, irgendwie ist das schon gut. Das ist schon krass und wie die mit dir reden und wie natürlich alles es ist und wie die Erfahrung so da ist. Auch wenn die mein Problem nicht gelöst haben, bin ich trotzdem glücklich da rausgegangen. Ich weiß nicht, wie sie das machen. Ja, was haben sie gesagt? Ja, ist jetzt Schrott? Ja. Die kannst du jetzt reparieren lassen, aber ich würde mir ein neues zu kaufen. Das war supi. Das hilft mir viel. Danke an der Stelle. Naja, das kriegen andere Hersteller vielleicht aber trotzdem nicht ganz so hin. Die Frage ist aber auch, was bei Samsung geht. Über die haben wir heute noch gar nicht geredet. Die haben einiges vor. Hört das eigentlich nie auf hier? Nee, ne? Kommt jede Woche. Das ist auch gut für uns, wenn ihr die neuesten Technik-News nicht verpassen wollt, gerne euren Freunden empfehlen. Weil wenn ich mir so ein Line-Up angucke, da könnt ihr mal vier Folgen ausmachen. Genau. Es wurde ein großes Line-Up veröffentlicht von Evan Blass, wo auch zwei Sachen jetzt quasi schon bestätigt sind, weil die Notebooks jetzt quasi angekündigt worden sind von Microsoft. Aber es soll jede Menge weitere Produkte geben, wo wir jetzt, glaube ich, auch nicht überrascht sind, dass die kommen. Es soll eine neue Kopfhörer kommen mit den Buds 3 und Buds 3 Pro, der Galaxy Ring, auf den ja schon einige waren und es auch so vielleicht nicht so erfreuliche News gibt. Dann gibt es eine Galaxy Watch FE, die vermutlich dieser Watch 4-mäßige ist. Finde ich auch immer noch sehr lustig, dass das anscheinend passiert. Und die neueste Galaxy Watch 7-Generation, wo angeblich eine Ultra-Uhr drin sein soll. Das finde ich immer spannend. Ja. Das habe ich mir, glaube ich, schon mal gewünscht, einfach zu sehen, wie so eine... Es gab die Huawei Watch Ultimate, aber sonst gab es doch keine... Ja. TicWatch? TicWatch gab es, oder? Nee, TicWatch nicht. Gibt es sonst eine Ultra-Smartwatch? Ich glaube, die haben mal... Ah, hieß die Pro, die von TicWatch oder Pro Ultra? Pro Ultra. Irgendwie sagt man das. Aber es war keine Ultra-Uhr. Aber wirklich, wenn mal gefühlt Geld keine Rolle spielt, sozusagen. Man muss ja immer noch sagen, so eine Ultra-Smartwatch wie die Apple Watch Ultra ist ja für 1.000 Euro im Vergleich für Uhren immer noch relativ günstig. Also, was eine Uhr kosten kann. Deswegen, wenn wie so eine Samsung Watch Ultra aussehen würde, allein sehr designtechnisch, in welche Richtung sie da gehen würden, weil das ist ja dann so ein bisschen mehr rugged, ein bisschen mehr outdoorig vielleicht aussehen. Ich meine, sie haben mit der TicWatch 5 Pro schon mal so in die Richtung geschielt, weil da sind sie ja auch wieder von abgegangen, weil sie dann ja wieder auf Classic geswitcht sind. Finde ich schon spannend, muss ich sagen. Ja, gerüchteweise gibt es immer mal wieder, dass hier diese nicht-invasive Blutzuckermessung da vielleicht drin sein könnte schon. Das ist ja anscheinend der heilige Kral jetzt, den ja auch Apple irgendwie verfolgt. Huawei hat in China eine am Testen. Also, wer weiß. Also, das wäre, glaube ich, für viele vielleicht auch so ein erster Indikator, ob man da irgendwie Probleme hat. Und wenn es dann wirklich zuverlässig funktioniert, glaube ich, auch für alle, die damit Probleme haben, wirklich eine Erleichterung, weil, ja, stellen wir das anstrengend vor, sich die ganze Zeit den Finger pieksen zu müssen. Auf jeden Fall, ja. Ja, es gab auch noch Gerüchte, dass da so ein besonders effizienter neuer Prozessor drin ist, der von Samsung gefertigt wird. Also, könnte spannen. Ja, ein Exynos, aber dann auf dem neuesten Fertigungsverfahren. Vielleicht schaffen sie es ja mal wieder an die Spitze. Vielleicht. Wir hoffen ja. Die wird dann wahrscheinlich, aber die wird nicht so teuer wie die Apple Watch sein, aber die wird wahrscheinlich trotzdem teuer sein. Ich gerechne mal mit 700, 800 Euro auf jeden Fall. Halt ich auch für Rea, das nicht. Das Ding ist halt, gerade wenn du sowas wie das nicht-invasive Blutzuckerverfahren da drin hast, dann kannst du so einen Preis nehmen, weil du bist, das ist ja so ein bisschen der Vorteil von Innovator sein, du kannst den Preis bestimmen. Das ist es wert. Oder das glauben wir, was es wert ist. Das hat man, das gleiche Problem werden sie jetzt ja auch beim Galaxy Ring haben. Gut, sie sind nicht die Ersten, aber sie sind der erste Big Player, der so ein Smart Ring macht und geben damit so ein bisschen den Ton an, was sowas kosten soll. Wo ich immer noch eine Meinung habe, wo ich eigentlich nicht der Meinung bin, dass das teurer sein darf als ein Smartwatch, aber ich glaube, das sieht Samsung anders. Genau, und da gibt es auch den ersten League. Denn es soll in den US anscheinend zwischen 300 bis 350 Dollar liegen und eventuell auch eine Subscription gleichzeitig anbieten mit unter 10 Dollar im Monat. Das ist die Zukunft. Der Fitness-Tracker habe ich so das Gefühl. Der Oura Ring hat das ja quasi etabliert. Bei Google gibt es mit Fitbit Plus auch schon sowas. Also, ey, ich will nicht Lochware-Abo sagen. Ich glaube, so geht es aber viel. Ja, ich habe beim, also erst mal wofür, was kriegst du dafür? Und es ist halt immer schwer, was hast du vorher bekommen? Weil wenn du jetzt eine Galaxy Watch hast, kriegst du ja auch eine relativ detaillierte Fitness-Analyse zum einmaligen Preis. Also, was bieten die als Mehrwert? Und dann gab es jetzt auch bei Amazfit et cetera schon so Modelle, ja, KI, bla, 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 KI-Trainer und so. Brauchst du das wirklich? Wie wird das angenommen, frage ich mich auch. Ist das ein Erfolg? Wenn ihr darin bestätigt, buchen sich die Leute das dazu oder eben nicht. Bei Samsung, also ich hörte am MWC, ich habe viel nach dem Galaxy Ring gefragt. Ich hörte am Stand, dass sie nicht so ein Abo-Modell planen. Aber vielleicht wusste dann der europäische Vertreter noch nichts von den amerikanischen Plänen. Keine Ahnung. Ja, also hier der Hauptverantwortliche von Samsung für Digital Health hat auch vor einer Weile in einem Interview gesagt, dass auf jeden Fall ihr Samsung Health noch mehr Funktionen bieten müsste, damit sie überhaupt so eine Funktion, eine Subscription anbieten könnten, weil ja, sonst lohnt sich das nicht. Ja, und das Ding ist aber, warum kostet es 300 Dollar? Weil, also ja, es ist kein billiger Kunststoffring, aber eine Smartwatch, eine Smartwatch für 250, für 250, 300 Euro kriegst du auch ein Stück Saphir-Glas, du kriegst ein Titan-Gehäuse und ich glaube, dass das Material günstiger, oder weniger Materialmenge, das Gewicht ist ja auch geringer, mit so, keine Ahnung, das wiegt ja 7, 8 Gramm, und das Smartwatch wiegt zwischen 20 und 50 Gramm ohne Band. Ist die Fertigung schwieriger? Meiner Meinung nach nicht, so ein Ring ist doch, also vielleicht einfach die Entwicklungskosten am Anfang, aber man muss halt auch sagen, das ist Samsung, also in zwei Monaten wird das vielleicht auch unter 200 Dollar liegen, also halte ich nicht für unwahrscheinlich. Ja, aber also, warum, also ich glaube nicht, dass er das, weil dann habe ich, es ist ja ein schlechteres Produkt, es ist ja aufgrund seiner Sache ein schlechteres Produkt als der Smartwatch, ich kriege ja viel weniger, ich bin gezwungen, auf mein Handy zu bekommen und mehr Daten abzulesen, ich bin, aber es ist dann halt vielleicht bequemer irgendwie zu tragen, ja, ich habe eine Laufzeit, der hat dann, aber aufgrund der Größe auch noch eine geringe, also es ist jetzt nicht so, als ob der ein Jahr lang durchhält, der hält auch nur sieben Tage durch, so und viele Smartwatches halten 14 Tage durch oder so, ist dann immer noch doppelt so lang wie eine Galaxy Watch, okay, aber ob ich jetzt alle vier oder alle sieben Tage auflade, ich habe keine Ahnung, ist kein Mikrofon drin, es ist noch fraglich, ob ich damit bezahlen kann, also es ist ja, ich verstehe es, okay, wir wollen Fitnessfunktionen dauerhaft anbieten und es ist, du möchtest keine Smartwatch tragen, verstehen wir jetzt nicht deinen Stil, du möchtest eine normale Uhr, möchtest aber trotzdem irgendwie ein Wearable haben, um deine Daten zu tragen, verstehe ich alles, aber dann darf so ein Ding doch, das muss, meiner Meinung nach, ist das ein 99 Dollar Produkt oder vielleicht ein 150, je nachdem wie schön, wenn du, okay, ich weiß nicht, wenn dann ein Goldring ist und du, das ist irgendwas mit Karat, ich verstehe nicht genau, was Karat sind, aber so, ja, okay, wenn es einfach einen Wert hat, dann check ich das irgendwo, aber wenn es halt Titan-Carbon-Ring ist, warum kostet, soll das 300 Dollar kosten, check ich nicht, wirklich nicht, aber da muss man, braucht man vielleicht auch mal so eine Build of, ja, Materials, also das, weiß ich nicht, das wäre ja vielleicht, erstes First Mover, ein bisschen teurer und der zweite kostet schon 200, möglich, aber da ist ja auch nicht viel Spielraum nach oben halt auch, das ist dann der, Samsung Galaxy Ring FE, ja, aber es ist ja auch nicht so, okay, sonst ist, du kannst ja immer besser werden, du wirst ja, okay, unser Smartwatch hat jetzt mehr, okay, mehr Akkulaufzeit, jetzt, kann natürlich gehen, aber ich glaube auch nicht so viel, größeres Display, mehr Speicher, das wird ja alles nicht passieren, in dem Ring, außer bei ein bisschen mehr Akkulaufzeit, also ich, ich bin das, ich finde es cool, ich bin sehr auf Smartringen gespannt, aber man weiß noch nicht so ganz, wo die Reise hingeht, glaube ich, und für den Preis finde ich es frech, sage ich jetzt schon. Werden wir mal sehen, ob sie dich vielleicht doch noch überzeugen können, wenn er irgendwann mal offiziell angekündigt wird und dann deinem Finger ist, keine Überleitung dafür, OpenAI hat ja letzte Woche ein neues Modell veröffentlicht, GPT 4.0 und haben dadurch dann auch nochmal halt so diese Sprachsache ein bisschen größer gemacht und die neue Stimme hat ja bereits in diesen ganzen Demokommentaren so immer Kommentare gehabt, wo die Leute geschrieben haben, Hör, was ja ein recht bekannter Film ist. Hast du den gesehen? Ich, das ist, ich habe den seit Ewigkeiten auch als Blu-ray, ich wollte den mal irgendwie ansehen, aber ich habe es nie gemacht, wo es quasi um ja eine digitale Assistentin geht und jemanden, der sich dann quasi so ein bisschen in sie verliebt und ich weiß nicht, wie weit der Film dann noch geht. Das ist mit Joaquin Phoenix, ne? Ja. Genau, und die Stimme ist? Scarlett Johansson. und auch bei OpenAI hat man den Film anscheinend gesehen und fand den ganz cool und Sam Altman hat wohl vor einer Weile schon mal gefragt, ob sie nicht die offizielle Stimme für ChatGPT werden will, weil ja, passt irgendwie und wenn man das dann irgendwie vielleicht sich noch die Marketingrechte von Hör irgendwie kauft, das wäre bestimmt irgendwie cool gewesen, aber sie hat gesagt, nee, das möchte sie nicht, so und dann haben die gesagt, ja gut, irgendwie blöd gelaufen, so, jetzt ist aber diese Stimme raus und wie einige Leute schon gesagt haben, es erinnert sie an die Stimme und das findet auch Scarlett Johansson und die hat jetzt halt rechtliche Schritte gegen OpenAI eingeleitet und die haben jetzt erstmal die Stimme deaktiviert. Sie sagen, die Stimme ist nicht Scarlett Johansson, es ist eine andere Sprecherin, die sie jetzt aber nicht nennen wollen wegen Privatsphäre. Ja, das wird, glaube ich, ein interessanter Gerichtsprozess, wer da jetzt Recht hat, weil es hört sich schon an, aber wenn sie quasi wirklich diese Aufnahmen haben und es klingt einfach wie... Ist halt schwer auch zu beweisen, also sie hat die Sachen ja nicht aufgenommen und die können sich ja irgendwie mit KI... Ja gut, aber wenn es zu einem rechtlichen Prozess geht, dann können die auch mal vielleicht die Slack-Nachrichten von OpenAI anfragen und wenn dann da irgendwann in irgendwelchen Gesprächen so gesagt wird, ja, die von, die von Hör wäre ja ganz gut, ist, glaube ich, ein bisschen belastend dann auch und er hat halt nachgefragt und ich habe auch irgendwo gesehen, er hat noch mal eine Woche vor der Ankündigung wurde sie noch mal gefragt, ob sie die Stimme nicht seien und er hat nicht drauf geantwortet, also es wirkt so, als wäre das... Und dass sie direkt halt die Stimme deaktiviert haben, okay, das kann nur Vorsicht zum Ausnahm sein, aber vielleicht auch schon so ein kleines Eingeständnis. Weil ich dazu sagen kann, ist das sehr lustig, weil das kam jetzt, hat sie vor zwei, drei Tagen, glaube ich, die Runde gemacht und es bei Saturday Night Live arbeitet Scarlett Johansons Mann, Colin Jost, der ja zusammen mit Michael Che immer ein Bit hat, wo die, so als Nachrichtensprecher und dann... Und Jokes, hast du das gesehen? Nee, aber... Schreiben sich gegenseitig Jokes und Michael Che hat darüber... Joe, der musste, ihr Mann, ich kann den nicht ganz deliveren, wir können euch für das Video gerne raussuchen, aber er hat halt das so vorgetragen, ja, von wegen, ja, Scarlett Johansson-Sues Chat-GPT because they are obviously using the voice of her which I didn't bother to see because without without the body what's the point of listening? Da musste er über seine, über seine Frau sagen. Stark, das war's schon, das ist so sehr kratzwertig und das hatte Michael Che schon mal gemacht über, irgendwie, mit dem Foto von Sammy Davis Jr. irgendwie so, also ganz, ich finde, das ist leider genau mein Humor. Aber ja, interessanter Prozess, verfolgen wir weiter, ist, macht vielleicht generell auch dann das KI-Thema nochmal größer auf, weil das ist ja auch ein bisschen der Hintergrund von dem ganzen Streit in Hollywood gewesen über das letzte Jahr, so wie KI benutzt werden kann und so. geht's dann die nächste Runde und ich glaube, das wird ein großes gesellschaftliches Thema weiterhin sein und ist nur eine Interation davon. Großes gesellschaftliches Thema sind auch die Empfehlungen der Woche, würde ich behaupten, von denen du mich verwirrt hast. Alter, hast du noch ein Thema mitgebracht? Ja, das Thema ist eine Hausaufgabe. Ich habe gestern ein Video gesehen von Coffee Sildar, den man vielleicht so von, so Scambusting kennt, der war bei diesem Logan Paul Krypto Ding ganz groß, der war auch bei FTX, als das so, also der hat sich so viel mit Krypto beschäftigt und ja, ist da recht populär und der hat gestern ein Video veröffentlicht zu Rabbit, die man ja, das ist dieser kleine AI-Assistent, womit man dann, ja, nicht sonderlich gut Antworten kriegt und er hat da so ein bisschen nachgeforscht beziehungsweise auch ein Journalist hat da schon was länger wohl am Laufen, mit dem man dann ein bisschen zusammengearbeitet hat und die hießen mal wohl anders, die hießen wohl mal irgendwie GammaCorp oder so und waren auch ziemlich groß im Krypto- Scam-Ding drin und das erste, das ist wohl ein Mehrteiler im ersten Video, das hörte sich schon gar nicht gut an, was die da so damals gemacht haben und ja, es wirkt so ein bisschen als wäre Rabbit jetzt so vielleicht der zweite Ansatz, Leute zu scammen. Ich bin gespannt, was da noch kommt, weil er meint, da wäre noch viel mehr im Hintergrund und er ist da eigentlich ziemlich zuverlässig und ja, kann ich empfehlen, das Video anzuschauen, ist interessant, was die da so damals gemacht haben. Krass. Ich wäre das beim Rabbit so krass, dass sie es direkt nach zwei, drei Tage nach Release schon geschafft haben, das Ding komplett so auf Android zu emulieren. Ja, es ist ja vermutlich einfach ein Android Gerät, was es abspielt. Ich fände das so krass, also ich finde, ich weiß nicht, wie viel Geld in sowas alles gepumpt wird, wo irgendwie schon von Anfang an so muss das sein, klar ist, aber weil das Geld da ist, kann man es ja mal ausprobieren. aber naja, ganz ohne KI, ganz klassisch, Empfehlung der Woche habe ich zwei vielleicht und zwar und ich habe das, also drei vielleicht nochmal, ich habe nochmal Ted Lesser durchgeguckt, zum zweiten Mal auch nochmal die dritte Staffel, es ist nach wie vor einer der besten Serien jemals, gehe ich meinen an, es ist so schön, es macht alles mit mir, ich bin zwischen Lachen und Heulen die ganze Zeit, ist eine Emotional Rollercoaster, guckt auf jeden Fall mal Ted Lesser, vielleicht jetzt auch als Vorbereitung auf die EM. Zweitens, ich habe den Tipp schon mal gesagt, Nudeln, gute Nudeln zu kaufen, wenn man die Pasta kauft, nicht 99 Cent, keine Ahnung was, Eigenmarke oder so, es ist wirklich ein Unterschied, wenn man sich zum Beispiel Nudeln von De Checo, dieses Blau-Gelbe, was auch jeder kennt, das liegt ja an dem Supermarkt, ich war da früher und war einfach zu geizig für, mittlerweile ist es mir das wert und ich habe es jetzt auch anderen im Freundes- und Bekanntenkreis gesagt, die mir das bestätigt haben, dass das einfach wirklich was anderes ist, von daher, und da habe ich jetzt noch eine neue Marke entdeckt, ich glaube Molissano oder so, wir verlinken euch diesen, auch es, denn im Angebot kostet er dann auch nur 1,50 oder so, das kann man, wenn man es sich leisten kann, dann ist das schon, ist das schon was anderes und auch bei so Dosentomaten oder so, die von Mutti und so, das schmeckt alles tatsächlich anders, bin ich wirklich überrascht und das ist ja auch ein bisschen das Geheimnis der italienischen Küche, das einfach gute Zutaten zu benutzen, von daher kann man das ein bisschen mehr in seinen Alltag einkorporieren. Hast du schon mal von Rewe die, nicht die billige Jahreigenmarke, sondern die, die quasi so eine hellblaue, die sind ja auch so durch Bronze, Bronze, ja, das ist so ein Ding, die sind auch nicht schlecht, ja, aber geh nochmal, geh mal, die Check-Home-Angebote, da kann ich die Einkaufstüte kaum tragen, weil ich gerne nur halbe Kilo Spaghetti und Linguine kaufe, und was auch geil ist, habe ich in Holland gekauft, das kann man sich aber auch bestellen, so Popcorn, das hat irgendwie Jimmy's Popcorn, da stand das Original Cinema Popcorn, davon Sweet and Salty, habe ich komplett abgeholt, meine Tüte so weggegessen und es war sogar im Angebot für eine Tüte für einen Euro und ich frage mich, warum ich nur eine mitgenommen habe, weil die war einer von 20 Minuten weg, das ist schon sehr, sehr lecker für so Fertig Popcorn, war ich schon sehr überrascht, ich glaube, da bestelle ich mir jetzt mal welche im Internet von, das sind die Empfehlungen der Woche, lasst uns eure Empfehlungen der Woche gerne hier wissen, nächste Woche gibt es wieder eine neue Folge, wir bedanken uns nochmal an Oron Pissy, an Leo, Marcel und Michi, die letzte Woche hier waren und uns besucht haben, wir hoffen, euch hat diese Gästefolge gefallen, wenn ihr Vorschläge habt für weitere Gäste, dann lasst uns sie ebenfalls in den Kommentaren wissen und wir schauen mal durch unser Telefonbuch, wie wir davon so erreichen können. Wir würden uns sehr über ein Like, über eine Empfehlung, über alles mögliche freuen. Das war es von uns für heute, wir sehen uns beim nächsten Mal, macht's gut. Tschüss. 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 Vielen Dank.